jetzt bin ich wieder da sorry für die kurze unterbrechung jetzt geht's also dann gehen wir mal in den bombenkontrollen raum kletus was macht er denn da bombenkontrollen fummelt er etwa an den bombenkontrollen ich fummle an den bombenkontrollen das sieht bestimmt nur so aus es sieht nicht nur so aus ich fummle tatsächlich an dem boh an dem wie an den bar an dem boh an den bombenkontrollen dieser dieser boh dieser bi dieser bar dieser boh rufus got the groove ja aber halt dieser verräter fummelt er doch tatsächlich an den bombenkontrollen ich muss ihn aufhalten das stimmt oh ja das war spannend das war spannend dieses set war halt natürlich nicht einfach zu finden wir brauchten halt irgendetwas was halt auch nur entfernt erstmal an einen organon sprengturm erinnert am original schauplatz konnten wir halt nicht drehen weil der organon da halt gerade eine übung durchgeführt hat und die antragsformulare schon alleine das war schon ein ganzes buch also an komischen akten die man hätte wälzen müssen und anträgen die man hätte ausfüllen müssen dann haben wir uns aber umentschieden und gesagt so ach ihr könnt uns mal und wir drehen das ganz woanders und haben uns schließlich dafür entschieden wo war das denn noch gleich das war der saadbrücker flughafen der kurz danach planiert und neu gebaut wurde ich habe aber inzwischen das ist zufall ich habe gestern gelesen die haben das gar nicht planiert sondern die haben das alles sorgfältig abgeschraubt und lemgo bekommt ja jetzt auch einen flughafen und da wollen sie das dann wohl wieder hin bauen aber so schön kriegen die das nicht wieder hin das kann ich mir nicht vorstellen wenn wir das im vorfeld gewusst hätten das hätten wir uns wahrscheinlich auch viel aufwand ersparen können weil immerhin mussten wir die hälfte das sieht man ja hier nicht aber die rückwand besteht halt so aus aus einzelnen schweren panzerplatten die aber nur lose verschraubt sind an so ein stahlgerüst und da war halt eine öffnung zwischen den unterschiedlichen stahlträgern die groß genug war um eben diesen planetenkeller diese diese große bombe die sind das organon um die da halt rein zu transportieren weil die gab es natürlich nicht im originalset die mussten wir schon aus unserem wir haben wir aus wustweiler anschaffen müssen transport war schon anstrengend aber dann halt natürlich diese flughafen wand abzuschrauben und dann nachträglich wieder ranzuschrauben nur damit die halt dann und das auch zweimal vor allem wir müssen ja reinbringen und wieder rausholen aber wenn wir das gewusst hätten hätten natürlich die wand auch einfach offen lassen können die ganze zeit über und vor allen dingen ist ja total hirnrissig so eine so eine bombe wieder rauszuholen aus so einem gebäude das sowieso gesprengt werden muss nee das ist das ist wie das haben wir doch besprochen das ist doch wie in diesen mietverträgen also du musst du musst die wohnung neu tapezieren bevor du ausziehst obwohl ganz klar ist dass der nächste die tapeten ja nicht mag mit den blauen hasen drauf und wieder runterreißt habe ich noch nie begriffen aber das ist bürokratie also es ist beamtenwahnsinn und jetzt aber noch mal warum sollte irgendjemand tapeten mit blauen hasen rauf mögen das sind habe tapeten gewesen ist wer auf der welt macht dann eine habe tapete von der wand ja echt der da einzieht ach sei da also ich hätte die habe tapeten dann dran gelassen bin ich ganz ehrlich so also wir haben jetzt hier den den schurken glied ist der darum fummelt an den bomben jeder hier übrigens dran hängt eine tasche und das hat sich hier einfach so liegen lassen aber ich glaube wenn wir jetzt hier einfach rausgehen das würde er ja entweder verräter fummelt er doch tatsächlich an den bomben kontroll ich muss aufhalten ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam noch nicht aber wir haben ja noch die fernbedienung ach nee das ist bestimmt donners fernbedienung oder kein bild kann ton wir müssen also an die tasche würde er uns doch sehen oder würde uns sehen nein doch nicht da ist donners fernbedienung und die beiden übrigen da das setten ich lege schon mal eine ein goles fernbedienung fehlt leider sie muss ihn noch bei sich haben also wir haben jetzt hier eine datacette da eine fernbedienung ok komm donnern lebe kein bild kann ton wir brauchen die datacette wir müssen dir erst mal rein tun nicht so laut wir haben ein problem naja also zwei ein halb eigentlich drei lange nicht mehr nachgezählt was ist denn los siehst du diesen klitis dahinten nur verschwommen irgendwas ist mit meinen augen hoch guck mal rufus ich bin donner ich weiß ihn an die haie sehr schön wenn wir uns kurz auf das problem konzentrieren liegt es ist drauf und dran mit lady goal nach elysium zu verschwinden und jetzt fummelt er auch noch an den bombenkontrollen ich glaube er will die deponianische bevölkerung ausrotten dann gäbe es nämlich keinen grund mehr deponia zu verschonen ich kann es kaum glauben wir müssen lady goal davon erzählen könnte schwierig werden sie zu überzeugen probieren geht über sie das habe ich von dir gelernt ja dann lassen sie hatte einen brillanten lehrer wenn sie nur halb so gut mit menschen umgehen kann wie ich dann vielleicht sollte ich besser nachgehen nur zur sicherheit darum ist klitis der gute und rufus eben nur alle dies rufus was tust du hier ich weiß du hast mich vermisst aber wir haben jetzt keine zeit für versöhnungsjamjam wofür hat der baby gold schon alles erklärt ich wollte aber offenbar habe ich einiges durcheinander bekommen lady goal hat mir gerade erklärt warum man dir nicht trauen kann was aber du solltest doch lady goal umstimmen nicht umgekehrt ach ja das war dein plan ich würde ja sagen lass dir etwas besseres einfallen aber am ende verstehst du das noch als aufforderung tue ich auch nicht streiten keine sorge baby lady goal ist kurz davor ihren irrtum einzusehen ich habe meinen irrtum eingesehen du bist der irrtum und auch baby goal ist nicht ganz so naiv wie du glaubst ja ja aber na nun ist das etwa ein lustiger schmetterling da drinnen ein schmetterling wir sind wirklich alle mittelrecht oder ja das ist dein weg führt nur von einer katastrophe in die nächste vielleicht ist das der richtige weg für krawallgoal meiner ist es nicht hör mir doch erst mal zu warum sollte ich du hörst mir ja auch nicht zu ich gehe mit kliet es sei froh dass ich dir nicht den organ an auf den hals hätte ich gebe dir drei sekunden um von hier zu verschwinden sie ist als abschiedsgeschenk aber goal 1 ich 2 geht es nützlich nur aus und wenn du von oben auf meinen brennenden kadaver hinab schaust wirst du einiges von dem was du gesagt hast sehr bereuen so und nun tauschen wir mal gucken jetzt wird der krawall oder donner ich weiß es gar nicht langsam habe ich wirklich genug von diesem verdammten implantat alles ok geht schon gibt's eine zusammenfassung wir sind in argos bombenkontrollturm ich glaube kliet es hat vor die sprengung auszulösen dieser miese und wo ist donner goal um genau zu sein bis du jetzt donner goal lady goal hat deinen körper und steht draußen auf dem balkon sie glaubt immer noch kliet es ginge klar vielleicht kannst du ja mal mit ihr reden auf sich selbst hört sie vielleicht das musst du mir nicht zweimal sagen zum glück weiß ich genau wie man mit widerspenstigen frauen redet das habe ich von dir gelernt jetzt bin ich aber gespannt sie hatte einen brillanten lehrer wenn sie nur halb so gut mit menschen umgehen kann wie ich dann vielleicht sollte ich ja besser nachgehen nur zur sicherheit merkst du gar nicht wie wenig sinn das ergibt ich hab's doch gesehen verdammt hör bitte auf zu fluchen ich hasse es wenn du das tust durch den gebrauch von fluchworten wirst du mich wohl kaum umstimmen und durch den gebrauch von ohrfeigen typisch wenn dir die argumente ausgehen greifst du zur gewalt dem analfabetentum der seele ich kann dir ja mal zeigen wie ich kopfnuss buchstabiere zufällig mit t wie trittleiter ladies ladies so was kann man doch auch friedlich klären bei einer fairen partie schlammwrestling rufus ich hätte mir denken können dass du dahinter steckst dir sind wirklich alle mittel recht oder ja das ist mein weg führt nur von einer katastrophe in die nächste vielleicht ist das der richtige weg für krawalgo meiner ist es nicht ist schon okay rufus du musst mir hier nicht helfen das ist eine sache zwischen mir und mir kümmere dich lieber um klietes erst im moment das größere problem ja da war ja was so wo war ich stehen geblieben dem geruch nach zu urteilen in einer jauche grobe was na warte jetzt geht los das machen die beiden wohl tatsächlich besser unter sich aus wie kann man nur so lange selbst gespräche führen schon richtig gestört aber zurück zu den wichtigen dingen ich muss klietes aufhalten bevor er glied ist wo ist klietes klietes in die parade fahren okay das kriegen wir doch wohl hin hier ist es offen hier da kontrollen hier kommt nach dann wollen wir mal schön alles rückgängig machen was klötfuß hier so angerichtet hat das sollte nicht allzu kompliziert werden immerhin hat er das ja auch hinbekommen das war knapp wenn das der countdown war was hat klietes dann hier gemacht das stimmt doch was nicht klietes was soll das mach auf du feigling warum sollte ich damit du pfeife mir wieder in meine pläne furschen kannst ich müsste verrückt sein ja wie es aussieht habe ich das ja schon immerhin ist es ja nicht gelungen die bombe zu starten und wer ist jetzt der idiot du natürlich wie immer ich hatte nämlich nie vor die bombe zu starten aber ich habe dich doch gesehen wie du ich wollte die sprengung sabotieren herrgott julisses plan war der reinste irrsinn ich habe die halteklemmen blockiert der organon wird nicht riskieren die bombe so zu zünden der schaden für den planeten wäre gering nur der bombenturm würde zerstört und bis sie den fehler gefunden haben weiß der ältesten rat längst von der existenz der deponianer du solltest mir danken ich habe dein volk gerettet und dich leider auch vorerst mir kommen die tränen du kümmerst dich doch einen dreck um die deponianer auch nicht weniger als du aber ich habe wenigstens kein problem damit das zuzugeben es geht mir nur um goal aus irgendeinem grunde hat sie eine schwäche dafür dass deponia seine faire chance bekommt und du kennst mich ja für das lächeln einer lady würde ich die welt ins verderben stürzen wahrscheinlich werden die ältesten die sprengung trotzdem durchführen ich hoffe es sogar aber das soll dann nicht mehr in meine verantwortung fallen und seien wir doch mal ehrlich mehr hättest du auch nicht wird ein volk getan oder also inwiefern bin ich jetzt die schlechtere partie für goal und was sollte mich angesichts dessen daran hindern mit ihr zusammen nach elysium zu gehen na los halt mich auf äh ok da fällt dir nichts mehr ein was wir können hier was machen wir können hier trotzdem was machen du schwach kopf was tust du ich schalte den countdown wieder ein diesmal ein wenig knapper ist du verrückt mach das sofort wieder aus gerne ist das hier der ausschalter hoppla ach was bin ich heute ungeschickt ich wünschte es wäre jemand hier drin der sich damit auskennt aber du musst ja leider schon gehen nicht wahr du miese kanalbazille was hast du wieder angestellt mal sehen vielleicht kann ich die steuerung überbrücken bete dass das hier klappt dieser verräter was tust du hehehehe und fährt ja oh ne Was? Ich... Okay, wir müssen, wir müssen, wir müssen einmal... Das wäre jetzt keine Guti, Baby Donnergull hat keine Chance gegen Lady Ghoul. Lady Ghoul hat doch ihre Fahngedienung! Und... Schnapp dir die Fahngedienung! Nein! Hey! Hab sie! Und nun? Aufdrücken! Rück an die Fernbedienung! Nicht! Du... Ich... Fleffertüten? Stech denen die Augen aus! Oh Gott! Hab sie! Fehler! Ja!